ARD Text im Auftrag von Funk 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 nicht war die sind alles an oder wie es ist alles an ja okay ja dann war es auf keinen fall ja ich habe ich eben gerade noch gemacht okay warum mehr wollen wir nico lass die anzahl verdoppeln würde ich mal sagen nein 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 das reicht ich sag mal so es muss eigentlich reichen weil noch einer weiter für den versetzter vormachen die reine noch hatte ich auch mal kurz überlegt gehabt aber nein ja jetzt die schöne zweite tage noch ein paar die große kugeln jetzt nur mein gott der kugelbündel die 400 kugelbündel für die nächste forschung haben wir nicht noch eine die wir machen können die leichter ist wäre schön ja 500 zweige und 100 schnee von zehn kugeln ja doch das machbar 100 schnee und zweige ich habe die 500 zweige dann gebe ich dir das zeug noch was für lustige aufnahme ich habe ja nur schnee glaube ich sogar ne und ich habe doch die brauchst du auch unbedingt und ein rechter zeug ach so hattest du mir den kompletten schnee hingelegt ich habe dir ja meine 60 gegeben also du musst dir was zur truhe nehmen ja jetzt da haben wir die geilen sachen da ne ich schneide das haben wir mitbekommen die dekoration wir brauchen die dekoration erstellen automatisch scheiße ich brauche mir auch 200 von den scheißsternen ja oh gott die schnee kanone hier wahrscheinlich das ist nicht ich wollte sogar die dicke platzieren alter ich wollte mich über die eigabitte platzieren das es runter schneit geht das das geht ja oh ich bin mal geil oh ich bin mal geil oh von unten oben schneidest du wahrscheinlich nicht und dann muss man wahrscheinlich die dicke platzieren oder du kannst auch an die wand platzieren oder auf dem boden nicht da bringt wahrscheinlich nichts oder ich glaube du kannst es vielleicht auch auf dem boden platzieren aber probieren da auf die schneebänder stellen oh ne maybe äh ja aber ich habe gerade probiert es geht nicht oh ja stimmt warte warum nicht auch spiel ja aber das sähe sowieso komisch aus glaube ich naja so wie so ein poletto die draufstehen und wenn dann da halt dann schnee liegt oder so weil es nicht hoch liegt das zeug ja aber das ja aber so viel wärs glaube ich auch nicht i don't know ähm ja ist halt problematisch hm warte ich habe sieben von vierhundert kugelbündeln jo hehehe ja was aber wir müssen noch zwei sachen dann platzieren Kränze haben wir noch gar nicht und Zuckerstangen müssen wir auch noch platzieren Kränze Zuckerstangen die Bündel ist alles oben ne aber äh an Dekoration reine Dekoration meine ich aber die Kränze sind auch äh ne wo hast du wohl so hundert Stück von ne 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 Kränze oder warte doch in den Weihnachten ja doch stimmt also würde ich vielleicht auch automatisch herstellen lassen übrigens Nico die Kränze sind eklig aber die brauchen fünf Kugelbündel und 25 Zweige was ein Kranz alter da müssen wir ganz schnell mit der Produktion beginnen weil das wird ja katastrophal wir müssen dringend die Kugelbündel herstellen aber extrem dringend Kugelbündel ja Kugelbündel war auch Manufaktor ne oh mein Gott ja erstmal hoch äh und so ja ach wir haben ja den Dings warte mal kurz wir müssen ja aber du tja äh ok dann lass erstmal so grob hinstellen was brauchen wir oben überhaupt also auf jeden Fall Manufaktor für äh äh Dekoration und Kugelbündel ja ach schon mal die beiden was noch? und die Stangen äh achso äh die orangenen und die weißen Kugeln achja aber ja was die müssen wir noch herstellen achso äh quatsch die haben müssen Gießereien Gießereien wo man einfach ein identisch für unten machen wenn der Platz reichen sollte nur mit Gießereien und Manufaktoren ja das wäre glaub ich ganz geil das Ding ist Gießereien und meine Faktoren sollen halt breit kritisch werden ja ok aber ansonsten brauchen wir nichts erstmal ja ich hoffe das bleibt so also das können wir später umbauen ja das bauen wir um oder wir können hoffentlich meine Faktoren Gießereien dafür verwenden und die einfach umstellen ähm na wie möglich äh wie sind die hier unten wo fangen die denn an die Maschinen hier der Platte hier ja genau da wo die auch stehen jetzt hier in meine Faktoren beziehungsweise ich würd schon eher von hinten anfangen oder? und hier hinten hier offen lassen sozusagen ja ok dann müssen wir das auch gerne machen wir das ja mhm ja die sind natürlich auch extremst breit wenn wir da sind wollen wir die so platzieren ne weiter hinten ein bisschen Platz sparen die sind viel breiter die sind weiter zur Wand aber wirklich nur zur eine Platte hier direkt dran so? weiter zurück also so zurück? Nein rückwärts laufen aber du denkst wir müssen zwei Ja, aber wir haben dort wenige Plastiken, die sind nicht nur eine Plattepreis, sondern zwei. Okay. Schützt, dass es da so zu eng wird. So, oder? Machen wir eins vor, also wirklich nur bis zur Hauptplatte. Plattrand, machen wir eins vor. So, und dann, ja, würde ich sagen, perfekt. Ich habe echt eigentlich wieder Gebäude breit, dass es nicht passt. Das heißt, wir müssen zuerst erst nachschauen, oder? Ja, das wäre am besten. Ich hätte übrigens nur einen meine Faktor bauen. Oh, das ist einfach. Oh, ja gut, ich baue ruhig. Das müsst ihr dann... Da ungefähr, aber sag mal bitte, ob noch nach rechts von dir ausgesehen. Äh, das ist... Also, du könntest weiter nach rechts, aber an die andere Maschine ran. Wenn du möchtest. Weiß ich nicht. Ja, das Ding ist... Wir können reitrisch hier eine halbe Platte freilassen. Halbe Platte hier, halbe Platte hier. Kattisch. Was, halbe Platte hier, halbe Platte hier? Was, wo? Den Abstand auch hier machen. Ah, wenn wir den Platz sparen. Könnte ich spielen. Weil hier ist es nur ein Auto, weil wir brauchen wir in der Mitte mehr Platz. Oh, passt. Easy. Ja, gerade so. Wo ist das? Ja. Ja, passt. Okay. Dann da... Wahrscheinlich noch eins. Weiter näher. Warte. Äh, noch eins tatsächlich. Ui. Ja, so ist perfekt. Okay. Okay. Dann... Ich soll rein. Äh, genau. Das bei der Wand anfangen. Ja. Das bei der Wand anfangen, glaube ich, ist, wenn ich hinten bei der Wand anfangen, glaube ich, und dann auf der anderen Seite, weil ja von da die Ressourcen kommen. Oder? Äh, ja... Was bedeutet, die Ressourcen enden ja leider auf der anderen Seite. Die enden ja gar nicht vorne. Die Container, die Container liegen ja auf der anderen Seite. Ich weiß, was du meinst. Alter. Stimmt, eigentlich wär's bestes Stück, ja. Fast nicht. Aber egal, wir können jetzt hinten den Platz abschätzen und schauen mal weiter. Wobei, kannst du ja schon mal auf der anderen Seite bauen, so das schönes... Mh... In der Zeit tue ich gerade schon mal Modular Rahmen. Brauchen wir denn noch was? Also ich hab keine mehr für die komischen Platten, ne? Die, ähm, bestärkten Alfenplatten. Okay, dann hole ich dafür noch welche. Und Rotoren hab ich dann auch... Und Kabel hab ich dann auch quasi nichts mehr, ne? Also für die Manufaktoren. Alles klar. Ja, Protoren, okay, Kabel hab ich... Ja, ich hab nicht alles dabei. Also vor allem etwas. Aber nur etwas. Nicht für... Du musst nicht auf den Maschinen. Hast du eigentlich auch Kunststoff dabei? Äh... In Fabrikatoren? Nö. Wow. Na super. Ich glaub übrigens, ich kann ja übrigens nur einen meiner Faktoren immer noch bauen. Also ich könnte das echt schön bauen. Oh. Aber ich würde sagen, wir bauen die Presse an Presse an den meiner Faktoren, weil die breiter sind, oder? Und nach der Abstand ist es dazwischen? Äh, die hat die... Brüchpresse hat Presse, ja. Äh, es war doch Rotor... ...sind hier. Gut. Wie viel Stallbeton-Träger hast du denn noch? Ähm... Habt nicht genug. Ja, genug. Okay. So sind über 300. Weiß aufwischen. Äh, ja. Ja, doch. Lass auf der Rechen. Äh, wie viel normalen Beton hast du? Nach wie vor 0, weil ich die alle in der Hauptbase gelassen habe. Ah, ja, okay. Also 30, aber das ist ja wohl nichts. Nehmen wir das mal mit? Alles klar. Denn eine Sache ist mir doch eben noch aufgefallen, die müssen wir auch mal... Also das hat schon mal viele Beine, die kommen dann mit dem Tal ein bisschen ausgelaukt, nachdem wir hier die ganze Base bauen hier. Ja. Und dann ist das auch mal leer. Ja. Ach ja, von den Zugbauern noch. Ah ja, Stalträger und Stahlrohre. Naja. Für was? Die Zugstrecker. Immer noch die Ressourcen. Ach so. Aber für Schien. Hm. Was du da bist... Weil, äh, ne, eine Sache ist mir noch aufgefallen, ne? Ja. Guck mal. Oh, ich hab... Ich hab keine versteckten Eisenplatten übrigens mitgenommen. Wo kommt das Ding her? Was draußen noch überhin? Ja. Ich hoffe, du stellst dich klar, Nico. Hast du zwei versteckte Eisenplatten? Hab ich. Ja, oder? Ja. Danke. Oh, ho, ho. Ah, guck nur eine hin. Ich muss ja gerade sagen, Nico, dass das nicht perfekt ist, weil das so den Ring abschließt. Ah, wer ist denn? Hm, den Ring? Also, den, den Bogen da? Ja, den Bogen. Ja, aber der Bogen hat ungefähr bei der Tornowel's runter. Ich glaube, wir bringen ihn mal an. Ich glaube, mehr als einen? I don't know. Ja, mehr als einer wird schwierig, glaube ich. Alter, der ist da perfekt. Gut, wenn du ihn platziert, Nico. Ja, der wachsen ist ja. Ja. Alter. Gott. Perfekt. Vollkommen übertrieben. Also, maybe da noch einen hin oder hier in die Kuhle oder so, dass man halt nicht die Gaswürger so sehr sieht oder den Berg so sehr sieht, ne? Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, wenn wir noch zwei davon haben. Ich glaube, einer reicht und sieht das komisch aus. Ja. Wobei, oder wir platzieren den nur rechts, äh, links, weil rechts haben wir halt, uns verdeckt halt einen Teil des Gebäudes. An der Reset sieht man dadurch auch besser. Ja, wobei, ja, stimmt. Der darf nur da stehen. Okay. Okay. Der darf nur da stehen. Der darf nur da stehen. Der darf nur da stehen. Geil. Okay, ich muss mal übernehmen sein. Ich bin schon eingesaugt, hallo. Ich bin schon eingesaugt, ich stehe nur davor. How to save. Ah. Ich bin einfach insnit da. Flupp und raus. Ja, das ist geil. Nice. Okay, ähm. Gut, äh, dann lass am besten mal hier vorne nochmal anfangen, wie wir die platzieren wollen. Oder wir ziehen halt von, ja, weiß ich auch exakt, weiß ich nicht. Ja, aber lass einfach am besten von hier beginnen, würde ich sagen. Ja. Wollen wir es so machen, dass das, die, also, dass visuell passt, mit der, also so oder eher so, weil so wäre es halt. Visuell, visuell. Wir platzieren eh Presse an Presse, da kommt eh nicht drauf an. Ja, weil visuell wäre es ja anders eigentlich. Weil hier noch Abstand jetzt ist, das meinte ich. Ja, ne, das ist im Wegen ja visuell hier, auch hier dran halt. Also so meint ich, aber genau da dran. Also noch ein Stück weiter. Ja, das ist halt, weil auf der anderen Seite steht es hier über. Ah. Ah. Ja. Das Ding ist, wollen wir, äh, ne, der muss wieder weg hier. Sorry. Ja, genau, ich weiß, aber ich wollte nur, damit ich weiß, wie, ach so, ja, warte mal, äh, wie, eins näher noch, würde ich sowieso sagen, mich hier durch, oder? Ich weiß nicht, dass wir von da aus hier vorne brauchen und andersrum, weil wir ein bisschen irgendwie die Fließminder noch legen. Oh shit, stimmt. Und das sind eventuell sieben Fließminder hier aktuell, also das bin ich unterschätzen. Ah, ich hab so, so ein Stück weit platziert. Ach, ich hab keinen versteckten Eisenplatten. Ich hab mir versteckte Eisenplatten, ne? Dritte Acht. Aber, ja. Äh, schau mal bitte, dass du den einen nochmal richtig platzierst. Der war... Also vorne, ne? War jetzt noch, äh... Also, ich hab bei der Grid verkackt, äh, zu den anderen. Ne, der ist nicht exakt auf einer Linie, wie wir die anderen platziert hatten. Das mein ich. Ah, das ist ein Stück... Ein Stück weit da vorne, kann man sagen. Links ist es. Ja, 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 abgeschaut. Hoffe ich, dass du das meintest. Ja, ich werd's merken. So, brauchen wir noch was aus der zweiten Feste, nachdem ich die versteckte Eisenplatte vergessen hatte? Wollte ich nicht sagen. Was brauchen denn eigentlich Blätter? Hast du noch Eisenstangen? 84. Ja, gut, dann nehm ich davon welche noch mit. Alter, das wär's jetzt gewesen, ey. Weil ich hab nämlich nur noch... Kabel hat's auch noch wollen, ne? ...91 gehabt. Ja. Äh, 400. Wird wohl erstmal reichen. Hm? Hm? Ich weiß nur noch, ob man die Lichterketten anmalen kann. Wenn ich z.B. grün machen kann. Ich test das. Echt schon auch cooler, wenn wir schon ein rotes Gebäude haben, da aufgrund der Lichterketten. Äh, nee. Das kann ich nicht anmalen. Gut. Irgendwie hab ich auch gehofft, weil, naja, die alle nochmal anzumalen sind, Alter. Aber wär glücklich. Ja, wär ja meine Arbeit wahrscheinlich dann gewesen, Matze. Ach, schon müssen wir sogar die alte Gebäude noch anmalen, Niko, ne? Ja. Schon liegt auf du. Ja, kannst du gar nicht. Ähm, genau. Ich weiß gleich, wie das geht. Hm. So. Tja. Die Sache ist... Reicht das halt von dem Abstand hier? Ja, klar. Easy. Dann schlappeln wir die Scheiße. Ja, genau. Okay. Achso, ich geb dir mal Sachen ab, hier, ne? War das schlau? So. Äh, Matze? Ja. Kannst du da Sachen nehmen? Na schön. Alter. Ja. Ich hab mich abgetrückt. Nein. Matze. Die tun wir. Matze. Matze, falsches Spiel, wollt ihr sagen. Oh Gott. Ist noch kein Zug, wo man ein Auto mit mir mischgerollt, Niko. Ich bin doch nicht Matze. Ja, leider. Oh, warum? Oh Gott. Machst du das Fenster wieder zu? Jo, mach das. Ja, da merkt man auch, dass es nicht kalt draußen ist. Sonst ist es auf jeden Fall drin, aber nicht wärmert wird. Was ist denn los bei uns? Das wird's auch gar nicht. So. Ach, Auge. So. Äh, Gießereien. Wir müssen halt bedenken, dass wir wirklich viel Abstand haben sollten. Also einigermaßen zwischen den beiden jetzt. Ja, guck mal, dass wir nicht den Platz überhaupt haben. Ja. Achso, genau. Am besten die Antwort. Äh, wie viel Abstand hat man denn drüben? Ja, Moment, ich bin zwar... Nein, ich bin hoch. Danke. Äh, so, ja? Wo bist du? Ja, eine Platte, oder? Äh, hat mir das auch so... Warte nicht. Ja, ich schau mal nach. Da platzieren wir einen. Da, oder? Da? Äh, eins näher. Aber eins nach rechts. Ja, okay. Boah, eine Platte. Das war so... Ja, okay. Mein Vater steht ja eh inzwischen über. Mhm. Aber wie hatten wir es denn hier gemacht? In diesen Stellen, äh... Ja, okay. Mach nur damit, ich dachte, wie... Mhm. Puff. Also das passt... Wie... Warte? Ich würde sagen, eins vielleicht noch nach hinten zur Wand. Mhm. Perfekt. Ja. So, dann kommt hier in die Mitte der... Fusionator. Und... Wie sieht es hier aus? Ich glaube, da, oder? So, ja, perfekt. Äh, aber falsch rum. Boah, das passt... Was? Perfekt. Falsch rum. Oh, scheiße. Nee, richtig rum. Alles gut. Äh, ja, das wird aber problematisch. Oder? Passt das? Oh, fuck, die sind perfekt, oder? Nein. Notfalls hätte ich ne Idee, aber das ist halt auch nicht so gut. Scheiße. Ist da der Fusionator hin? Ja, nee. Nicht ganz. Ja. Das müssen wir halt doppelt so viel machen. Ja, müssen wir. Können wir die verbinden können untereinander? Ja. Hier die Frage. Ja, das geht. Ja, das müssen wir. Aber ich kann... Das müssen wir. Oder halt noch weiter auseinander, sodass wir... Die... Nur, dass das passt, aber... Das wird auch schwierig. Naja, wir haben hier auf einmal zwei Inputs, ne? Das ist heftig. Ja, richtig. Das müssen wir nicht tun. Bei beiden, ja. Können wir nicht. Gut, dann. So. Ich finde, das war halt auch ne Lichterkette, ne? Die, äh, Schienen. Bisschen. Bisschen nach raus. Stimmt, guck. Jetzt wird's leider der Held, die wird nicht mehr so ein Input nachbekommen. Wie sie sehen. Mhm. Ich weiß nicht, warum die Beste rumgeht. Hast du die Platzier? Hab ich eigentlich echt mit Platzieren? Kann ich sogar. Bitte. Ei, geil. Du machst das schön so. Ne, warte. Ich hab gar keine modellaren Rahmen. Oh, wow. Jetzt fehlen wir zehn Beton. Ey, Matze. Äh, ich hab' jetzt kurz. Ich hab' jetzt nicht passiert, warum, bitte? Äh, ja. Du bist zehn Beton? Ja. Na komm, hab' ich mir getan, ja? Also, Lehrer. Oh, shit. Du hast ja auch kaum noch. Was stimmt hier? Ja? Äh, ja. Sag mal so. Wir haben jetzt noch 20 Beton. Das war's. Ja, das ist nicht so viel. Nee. Was brauchst du denn den Beton nochmal? Äh, für die Gießereien. Also, ich... Jetzt brauch ich zum Glück keinen mehr, aber... Naja, das war's jetzt gewesen. Wir hätten keine einzigen... Nur noch eine Gießerei hätten wir, glaub ich, noch bauen. Ich würd sagen, gut ausgerechnet. Mit meinem Beton ausgerechnet, Dico. Wow. Aspekt. Ich hab' schon extra relativ viel mitgenommen, weil ich da den großen Baum bauen wollte, der 500 Beton kostet. Boah. Ja, was ist das für'n Fake-Baum, Alter? Ja, bis jetzt genau. Wo gießt denn 500 Beton bei dem hin? Ja, das ist die Nordenbom-Reichen-Beton-Klotz, Junge. Ja. Ich würd mal meine Performance ist mittlerweile, dass wir ganz schön gebott haben, ganz schön gesunken auf. Nur 30 FPS, schon 50. Ja, Nito. Echt? Wobei, das finde ich gute 50 sind, bei mir. Äh, gute 30, gute 50. Bei mir ist das auch nur noch 30 FPS, aber gute 50. Gute 30. Geil. Gute 30. Gute 30, aber trotzdem. Boah, das ist schon, offensichtlich. Schlechter. Aber bei mir läuft's echt recht gut, sogar. Welchesmäßig. Ja, aber auch nicht in dem Bar. Also wenn ich jetzt, manche Rechnung, hab ich auch mal 50 oder so, aber ich würde vor allem, wenn ich zu den Maschinen zu schaue, uff, Alter. Jetzt okay, 30. Wird nicht gewohnt, den guten Weg, FPS zu haben. Du hast. Ey, Matze, mir fällt gerade auf, wir können unten bei den Maschinen alle, und das müssen wir eigentlich machen, alle Stromkabel mit Dingelsen machen. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Also wirklich alle Stromkabel hier. Ja, viel Spaß noch mal machen, Nico. Ja. Oh, Spaß. Ja, ich kann ja schon mal neu herstellen hier. Von den Dingern da. Aber ob wir das jetzt machen, weil wir brauchen halt achtmal noch diese scheiß Kugeln ohne Ende. Dieser Kugel, Kugelbündel. Die brauchen wir halt dafür. Aber vielleicht jetzt noch nicht machen, erst mal wirklich genug davon haben. Die jetzt nicht für irgendwelche Forschung dachten brauchen. Ja, das ist wirklich jetzt, ja. Warten ja schon ein paar. Ja. Es werden ganz schön wenig Rote, glaube ich, hergestellt. Googeln. Ja. Aber auch immer. Weil er ist auch recht an der Quelle, eigentlich muss man auch hergestellt werden. Oder wenn der irgendwie, kommen wir weniger raus. Zum Pläu kommt auch nicht so viel raus, glaube ich. Vom zwei raus und Rote noch einer. Das kann sehr gut sein. Über die Skiesereien sind alle vom Output her komplett angeschlossen. Da, wo es Ed sind, war. Okay. 1000 Litern. Ne, Senator. Brauche ich eigentlich die ganze Hände. Das ist für Senator gut. Das wäre es gewesen. Okay. Ja, jetzt, äh, was die anderen sind auch schon angeschlossen. Oh, äh, Matze. Wir haben übrigens eine Sache vergessen. Warten. Wo kommt der Container hin dafür? Weil, sag mal so, hier ist ein ungünstiger Platz jetzt. Ja, stimmt. Ey, ich hatte vorne noch gemeint, du müsst die Container da hinten hinbauen. Auf die andere Seite. Hab doch noch gesagt gehabt. Hab's irgendwie nicht auf die Sicht dran gehalten. Nein, ich will hier nicht alle mehr passieren. Arsch. Also, im Notfall könnte man hier mit einem Lift nach oben was heißt denn von der Idee den da hinbauen? Einfach das gerade auszuziehen über diese Dings und dann da hin, ja. Genau, aber über Lifte oder? Warte, nicht. Hier hat sich, wie wir hier den Platz brauchen. Das ist davon abhängig. So machen wir hier komplett frei haben, hier zwischen. Ja. Würde ich's gerade raus durchziehen. Wobei dann das Gelände ein bisschen weg ist, leider. Wahrscheinlich schon hinplaziert hat er. Hm. Wir können ja mal schauen, wie es aussehen würde mit einem Lift nach oben, aber ich glaube, das wäre nicht so geil, leider. Notfalls. Egal, das darf man dir einen Input machen. Der Input ist wichtiger. Ja. So, dass ich mal proletzieren. Oder wir... Aber nach unten können wir gar nicht. Okay, okay. Nee, nee. Und wir müssen vier Platten wegreißen dafür. Oder zwei. Ja, also hier zwei, aber dadurch ist schon alleine. Okay. Ähm. Ja. Was brauchen wir überhaupt? Weil wir müssen die Maschine noch einstellen. Oh mein Gott. Äh. Was wird hier hergestellt nochmal? Ich hab vergessen. Okay. Einen warte komplett die Kugeln, anderen warte komplett die Grenze. Das ist aber eine Scheißkombination, Nico. Wieso? Wieso? Ach so. Vor allem, wir stellen hier... Wir stellen hier Kugeln her, die hier drüben gebraucht werden. Ja, das ist aber vielleicht... Gar nicht mal nur übel. Vielleicht sogar... Das ist... Aber ich würde tatsächlich sagen, dass wir... Eventuell... ...eventuell... ...keine Ahnung, auf der Wette auch doch Kugeln herstellen zum Teil und Kränze weniger, weil Kränze fressen halt mega viele Kugeln und äh... äh... Baum-Dinger. Warte mal, also... Zweige. Dekoration... Für was werden... Warte, wie wird überhaupt was gebaut? Kugelbündel brauchen die beiden. Dekoration, also die Kränze brauchen die Sachen. Mega teuer! Wobei es auch nur ein minutisches Crafting dauert. Okay, dann können wir doch alle nehmen. Okay. Und hier... Ah ja, genau, die... Oh, äh, warte, was wir mit einberechnen müssen. Ja. Ne? Wir brauchen Eisen und Kupferbarren. Kupferbarren. Ja, das meinte ich da vorne schon. Aber schon so hoch. Fuck. Aber... Ja, also... Wir brauchen einen Vorrat davon hier. Und zwar einen... relativ beachtlichen... Vorrat. Dafür würde ich auf jeden Fall sagen, platzieren wir die hier hin. Na, dass wir hier so eine... kleine Reihe machen. Das ist von der Idee... Da drüben sind vier Lifts. Ja? Hier sind nur drei Lifts. Ja. Und einer davon wird auch eigentlich... eigentlich gar nicht gebraucht. Mhm. Also eventuell können wir es so umbauen, dass der hier für die Roten Kugel genommen wird, was ich hier jetzt unten mache. Mhm. Dann können wir dann hier zwei Lifts hätten. So Eisen und, äh, Kupfer. Ja, oder... Und dann die Pause... Und dann die Pause-Kunde die Pause-Kateeine rüber hinstellen. Oder man macht das halt... Hier hin, ja. Also entweder halt übereinander... So, oder halt sogar nebeneinander, theoretisch. Nebeneinander, da sieht es so krass aus. Ne, definitiv nebeneinander noch. Ich glaube, ich war spaziert. E-Kack. Aber Nico, äh, mit einem E-Sache ist es eh kacken. Mit dem Zeug. Äh, warte. Ich gucke gleich. Ja, ich gucke gleich. Untertitelung des ZDF, 2020